Und das Servus war schon fast eine Anmoderation für die nächste Interpretin. In Bayern ist sie mittlerweile, trotz ihrer jungen Jahre, schon fast eine Institution. Ich habe drei Wochen in München Radio gemacht und überall bist du angesprochen worden, wann sprüßt du mal wieder die Niki? Jetzt. Hier ist Niki wegen dir. Unter mir, weiche Knie, und ich weiß, du bist ein guter Gefühl. Was ist los mit meinem Herz? Manchmal fühl ich ganz entsondern Schmerz. Und den kannst du nicht, nur du mal drei, in deiner Nähe, wir räumen's schief. Wegen dir, was sie manchmal nicht, was sie tun, ich bin mir verdreht und du sagst, dir geht's ganz genau, so bin ich bei dir will. Wegen dir, schlafe ich auf die Dei, doch mit dir, so gern bei dir sei und die Hund, dass dies jetzt mal bleibt, wo's uns vorverwöhnt. Es ist schwer, zum Verstehen, doch die Liebe würde manchmal fehlen. Sondern es ist, bringt mich raus, wenn der andere mir bedau'n, da ich schaust. Du lachst mir ohne die Beine an, sie hat jedes Ding, bis vor ein Herz ab. Wegen dir, was sie manchmal nicht, was sie tut, ich bin mir verdreht und du sagst, dir geht's ganz genau, so bin ich bei dir will. Wegen dir, schlafe ich auf die Dei, doch mit dir, so gern bei dir sei und die Hund, dass dies immer bleibt, wo's uns vorverwöhnt. Du lachst mir ohne die Beine an, sie hat jedes Ding, mit zwei ganz ab. Wegen dir, was sie manchmal nicht, was sie tut, ich bin mir verdreht und du sagst, dir geht's ganz genau, so bin ich bei dir will. Wegen dir, schlafe ich auf die Dei, doch mit dir, so gern bei dir sei und die Hund, dass dies immer bleibt, wo's uns vorverwöhnt. Wegen dir, was sie manchmal nicht, was sie tut, ich bin mir verdreht und du sagst, hier geht's, wir gucken alle ganz gespannt, was passiert. Im Augenblick sehen wir eine wunderschöne Grafik. Und wie ist das bei der Leichtathletik noch alle gleich auf? Gigi Anderson, Nick, Peter Cornelius, Niki, Philips und Brück sind noch drin, Peter Schilling im Augenblick, Tommy Steiner, Peter Schilling, Niki und, ja, die drei. Tommy Steiner, Peter Schilling, Niki und Tommy Steiner, einer der beiden macht's. Peter Schilling ist Dritter geworden, Gigi Anderson Vierter, wenn ich das richtig sehe. Es wird Niki zum ersten Mal. Oh, da freut mich, ich gehe dir ganz schnell rüber. Und wie, mit 30,9 Prozent vor 20 Prozent für Tommy Steiner und 14,7 für den Peter Schilling. Dreimal hintereinander, glaube ich, war sie jetzt Zweite, zweimal davon hinter der Münchner Freiheit. Und diesmal hat's geklappt, sie hat den Vogel abgeschossen. Wir sehen die Niki wieder am 17. September, also schon in drei Wochen. Und jetzt zunächst mal noch einmal mit Wegen Dir. Und da lift. Und daicos. Und dasedia. Und da brief. Und da haben Sie.